Musik 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 Ja 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 ich beide mit Manuel geschützt drauf Musik Ok ich glaub nicht so Ok Jibjia jau Schweinebacke Boah Alles wird nicht Spaß machen mir würde es Spaß machen, da im Cockpit zu sitzen mir würde es Spaß machen, da im Cockpit zu sitzen von dem Teil oh ja nee, das ist kein Teil das steuert keiner ja, weil wenn ich erst mal drin sitze ha, dann steuert es jemand das ist ein Vieh, ne? aber das lernen wir aus Gears of War man kann alles in eine steuerbare, lenkbare Kreatur verwandeln das stimmt, ey, komm mal her, komm mal her, komm mal her das geht so nicht ey, ich hab so gerade bitte schön 1, 2 so, wenn du dir das schon mal geklärt hast und drauf an, wow das wird mir jetzt mal eine Technik zerstören, sag ich dir wow, leck mich am Arsch immer weiter vor hier kriegst du noch was ab okay, mit dem geht es nicht ich musste meine Sekundärwaffe nehmen ach so, du kannst auch immer drauf holen einfach drauf ballern wow ey, du kriegst ganz schön Damage, ne? obwohl ich ja nicht in Deckung bin Achtung bitte bleib Alter, wie das von hier oben aussieht krank krank beispielsweise wo war das nochmal? hier, hier, hier ganz schnell ich hab Munition so wo ist mein geschützt lebt es noch nein mein geschützt lebt nicht mehr er hat verdammt viel leben das ist krass das ist ja immer das gute deckung eine technik hätte hat sich zurückgezogen er wird immer aggressiver ich rück mal bei der form sonst mache ich keinen schaden immer raus damit diese wut war deckung 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 hier sind sogar munitions specks so nach dem nächsten angriff setze ich wieder mein manuelles geschützt ok manuelles geschützt ich hatte die immer einstechen maximal auf seinen kopf drauf und das ist sein stück jetzt gerade noch so weit ist ach so dass es geht das ist ätze möglich möglich alter das fies kassmann gegen sowas habe ich noch nie gekämpft das ist auch das erste mal was so ein großes wie die ich glaube ab level 40 hast du größere viecher wow oh nein geh in deckung geh am besten hier in deckung ja ja ich habe hier mein gesundheitszeug da warte mal die macht krass schaden mit dem teil hier sind meine gesundheits packs die feuerwehr vorbei echtes ist bei dem wir da vielleicht nicht unbedingt gerade der klima ist nicht weg bist du bei der feuerwehr cool also wahrscheinlich meine freiwilligen oder so ne beruf feuerwehr jugend feuerwehr jugend feuerwehr und zwar wann bist du da ja ja und noch ein halbes viertel jahr was hat dich dazu bewegt wo ist denn der ich bin halt ein hilfsbereiter mensch ne oh das hast du jetzt aber schön gesagt ja und ich fahre gerne mit 100 kmh durch die stadt ne äh geh in deckung jo bin dabei ich glaube wir sind aus der schutzreis weiter komm her das machen wir jetzt mal ganz entspannt hier aufhören aber man hat sich weiter zurückgekommen und kommen alle kommen die in deinem schwanz redet die die stets die wisschen komisch wir können jetzt kommen die komische Kulte der abgauern die ach so weit er hat ich habe gerade die volle Ladung ab Kette okay der war 9 Jahr bis sie mich so an 9 Fakke die Arme Fäckle die ist tot Fade ist tot nach solange das nicht zum Scheidern bringt es wird es egal Hilfe 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 wir müssen ja im Leben erhalten du bist fast tot das weißt du aber ey komm mal hier aus dem Raum raus ja ich hab hier ja ich hab hier vorne meine Medic Station Achtung 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 Alter verdammt äh he 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 du mir was oh ja ja ich seh'n jetzt bin ich das erste mal Richtung das ist ja ja das ist immer das erste mal nein wie alt ähh du willst wohl ein rekord was Zeit angeht aufstellen ja Ehi Deckung 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 oooooooooooooo ooooooooo Victor einfach was du bist vielleicht stellt man mal nur das geschütze auf ich rüste den jetzt von komm 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 lass mich rein und los geht's in mein geschützt rein was hat er jetzt gemacht kommt schon drauf halten drauf alle tonnen von blei drauf je erfolg freigestellung der titan wangt alter gut gott was um alles und jetzt guck mal was dahinter war keine ahnung so lang es kein wegbomben ist er sollte eigentlich die welt der steuer ja das dürfte es sich jetzt noch mal überlegen nein ich blute am kinn ach so wie soll auch rennen am besten rennen um dein leben ja ich sehe zum landungsschiff nur zum landungsschiff nur okay ich habe noch siebenhundertfünfzig meter von mir und 50 bis 750 davon ist ein gleiterfelder davon ist ein kleiderfeller und ab geht's okay das wird ein spaß werden oh gott kommen wir raus ich liebe gleiter wenigstens jetzt liegt der ziel liegt der zielort unter uns ja 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 ich sehe es gerade ich komme ich hier runter ach du scheiße ich hoffe du hörst das telefon jetzt nicht nein warum ist das denn so viel kommt schon hundert meter das ist nicht mehr weit laufen 30 20 ich habe ja wenn ich nicht abgeschossen werde dann schaffe ich es auch ich schwinge krieg ist wow baby kommt schon alter die haben das auch neu gemacht die schwingen das ist geil okay wie die sequenz kannst du nicht die habe ich doch schon gemacht ja die inni natürlich schon gemacht das hast du mir schon damals erzählt vor gar noch ein paar wochen hier ist du mit den kollegen die ich da ein bisschen gezogen haben hast du die gemacht glaube ich genau ich merke gerade ich blute wirklich wie jetzt also nicht dein charakter sondern du oder was ja was machst du ich habe halt zu trotz der fingerhaut du sagelhaut ach so ich wollte gerade sagen nicht in dein headset rein beißen aber wenn es an den fingern ist tja das ist ein emotionaler kampf ja da hast du dich jetzt voll rein gesteigert du hast alles gegeben und jetzt ist alles wieder vorbei alter guck mal was wir bekommen haben ich habe gerade die video sequenz laufen lassen also spieler tode 1 spieler wiederbelebt vorratskisten geblündert erstmal habe ich noch gar nichts ich habe dich zehnmal wiederbelebt du hast mich zweimal wiederbelebt oh ein negro tesla gewehr negro wiesel modul ja gut es ist halt wahrscheinlich klassenspezifisch ne auf jeden fall nice schönes gewehr schönes neues tesla gewehr das ist sogar besser wie das was ich glaube ich gerade trage ich muss halt noch ein paar modul rein klatschen dann ist es natürlich besser also kannst entscheiden ab jetzt wollen wir ab level 34 natürlich ist dann im level 40er gebiet schwieriger dorthin oder oder wir gehen mit vollem level 37 dorthin und dann ist es leichter für uns ich würde es nicht übertreiben also ich habe nichts gegen herausforderungen aber das kann bei firefall auch ganz ganz schnell mal nach hinten losgehen ich sehe gerade seit ich aus dem ladescreen herauskomme habe ich keinen sound mehr das ist natürlich jetzt blöd ja das ist ja das ist scheiße ich würde sagen ich habe nichts gegen herausforderungen aber sollten es vielleicht nicht übertreiben aber ansonsten naja komm level 37 was ich jetzt aber aufgrund dieses bugs hier sagen würde ist dass wir hier einfach einen cut machen genau ähm und dann bei nächster gelegenheit im prinzip weitermachen wir haben ja noch rise of incarnate das wollen wir uns gemeinsam angucken ich habe mir das so ein bisserl angeguckt würde es aber halt gerne mit dir vorstellen vielleicht machen ja noch ein paar andere mit wie beispielsweise 0 dann werde ich gleich noch weiter schreiben ähm genau und deswegen sag ich jetzt einfach mal tschüss bis morgen oder bis zur nächsten community folge und ja fabi noch ein letztes wort oder so äh abonniert auf jeden fall und lasst einen kommentar da ja das ist ein eindrucksvolles wort anruf mit der tschüss 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 tschüss